Hey Freunde, damit kommen wir zum Season-Auftrag. Nutze ein Mähnebel, während du rutschst. Mähnebelbehälter können wir hier als Bodendud oder aber auch irgendwie in diesem Fall jetzt hier aus einer Truhe bekommen. Um zu rutschen, gehen wir hier am besten an einen Berg. Ihr könnt das natürlich auch so beim Laufen einfach machen. Drücken dann hier am Berg einfach die Doppentaste, zack, und nutzen gleichzeitig den Sprühnebel bzw. den Mähnebel. Zack, und damit wäre die Herausforderung dann auch schon abgeschlossen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und bis dahin sehen wir uns im nächsten Clip. Ciao!